absurder skandal arbeitende ausländer erhalten steuerrabatte arbeitende deutsche und inländer erhalten diese rabatte nicht sind wir arbeitnehmer zweiter klasse mein name ist peter knöppel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid24 die einen intern am sonntag kam es ja oder wir haben am sonntag den 7 juli 2024 viele details und informationen zur einigung zum bundeshaushalt erhalten unter anderem geht es auch darum dass dieser bundeshaushalt eine sogenannte wachstumsinitiative sein soll die bundesregierung will dass in deutschland wieder mehr konsumiert wird die bundesregierung will die inlandsnachfrage ankurbeln durch niedrigere steuersätze und durch andere maßnahmen auch im rahmen des bürgergeldes gibt es massive verschärfungen sanktionen und unsägliche angstmacherei also alles oder in dem bereich zum beispiel habe ich auch schon kritisiert rezepte die aus meiner sicht voll nach hinten losgehen werden aber jetzt kommt der knüller für die ausländer die nach deutschland kommen als fachkräfte hier in deutschland arbeiten hat herr lindner folgendes vorgesehen die sollen praktisch in den ersten drei jahren wenn sie hierher kommen und arbeiten 30 prozent 20 prozent und zehn prozent vom bruttolohn steuerfrei stellen können herr lindner sagt wir brauchen ein innovatives ein modernes lohnsteuerrecht damit wir auch sozusagen im damit die deutschland im konzert der europäischen union hier mithalten kann damit auch ausländer fachkräfte zu uns kommen und hier bei uns arbeiten unter anderem hat ja als gegenpart österreich zum beispiel einen entsprechenden freibetrag eingeführt im ersten jahr und auch holland hat ein ähnliches steuerstufen modell eingeführt für arbeitende ausländer ja meine damen und herren bevor ich jetzt was zur inländer diskriminierung sage möchte ich einfach herr lindner mal ganz kurz was persönlich sagen herr lindner sie kommen viel zu spät damit wir haben seit jahrzehnten eine demografie in deutschland und wir brauchen arbeitskräfte das ist unbestritten wir haben wir brauchen nicht nur arbeitskräfte aus dem ausland sondern wir haben ein riesen arbeitskräftepotenzial auch im inland zum beispiel diejenigen ausländerinnen und ausländer die im bürgergeldsystem oder im asylbewerberleistungssystem sind die können arbeiten aber auch die deutschen die im bürgergeldsystem sind und es bis heute noch nicht geschafft haben arbeiten zu gehen die müssen auch arbeiten wie wir alle anderen auch aber da knüller ist jetzt fangen sie damit an und jetzt kommt meine kritik jetzt fangen sie damit an wollen arbeitenden ausländern einen steuerfreibetrag geben hingegen aber der deutsche arbeitnehmer oder der inländer der schon viele jahre hier in deutschland arbeitet leer ausgeht das ist der eigentliche skandal das ist die eigentliche frechheit das ist inländer diskriminierung dass das verfassungsrechtlich überhaupt gar nicht zulässig was sie hier machen der verweis alleine darauf dass wir in konkurrenz zu anderen ländern in der eu und in der welt stehen mag ja alles richtig sein aber das kommt viel zu spät das hätten sie sich viel eher und früher überlegen müssen im übrigen stehe ich mit meiner kritik an diesem vorschlag nicht allein es sind die gewerkschaften frau fahimi zum beispiel vom deutschen gewerkschaftsbund sagt das ist sozialer sprengstoff die cdu csu sagt das geht so nicht inländerdiskriminierung das können wir so nicht machen das funktioniert nicht also wenn wir hier steuerrabatte für arbeitende ausländer einführen das wird das wird mühen auf diejenigen das wird das wasser auf die mühen derjenigen sein die hier in deutschland die ausländer nicht haben wollen und genau diesen fehler machen sie wieder meine damen und herrn und deshalb kann ich nur eines sagen wenn es steuerrabatte für ausländer gibt dann bitteschön auch für die deutschen arbeitnehmerinnen und arbeitnehmer die nämlich fleißig sind die nämlich diese rabatte über ihre lohnsteuer finanzieren müssen und das meine damen und herren ist die forderung die ich habe wenn wir also steuerrabatte einführen dann bitteschön für alle ansonsten kann ich ihnen nur eins sagen geht die ganze sache wahrscheinlich nach hinten los viele leute werden sich ärgern die werden dann die finanzgerichte stürmen die werden dann klagen einreichen die werden das bundesfinanz das bundesfinanzhof in münchen bemühen und zum schluss auch noch das bundesverfassungsgericht was das bundesverfassungsgericht dann im lichte der euro des europäischen rechts dazu zu sagen hat das weiß ich natürlich nicht das kann ich nicht vorhersehen aber ich ahne dass das möglicherweise eine große benachteiligung ist die mit die nicht gerechtfertigt ist vor allen dingen nicht damit gerechtfertigt ist dass man nur aus dass man das nur deshalb ausschließlich macht weil man fachkräfte hier nach deutschland holen will und den deutschen arbeitsmarkt attraktiv gestalten will dieser zug herr lindner ist schon lange abgefahren dieses argument gilt nicht mehr und dann habe ich noch ein anderes problem wer garantiert mir denn eigentlich dass der ausländer zum beispiel der engländer oder der tscheche der ungar der zu uns herkommt dann in den ersten drei jahren hier diesen lohnsteuertarif bekommt diesen rabatt bekommt auf seinem bruttolohn was garantiert mir denn eigentlich dass dieser mensch völlig normal handelnd und denkend dann nicht weiter zieht nach österreich dort den nächsten rabatt in anspruch nimmt und dann wenn er dort gearbeitet hat geht er nach holland und nimmt den nächsten rabatt in anspruch meine damen und herren das ist ein riesen problem und das meine damen und herren haben sie möglicherweise noch nicht durchdacht näheres zu diesem thema und zur frage der inländerdiskriminierung und arbeitnehmer zweiter klasse die ja dann die deutschen wirklich sein sollten wenn das zum beispiel hier hochkocht auf rentenbescheid24.de ich wünsche ihnen allen eine rentenstarke woche ihr rechtsanwalt und rentenberater peter knöppel